Hier ist noch ne Pseudogunz. Bei mir ist die auch da. Das nennt sich Treibjagd. Gucken ob wir sie zum Richtungswechsel bewegen können. Ah, sie kommt genau auf mich. Oh Gott. Ich muss nachladen, oh Gott. Ja, da kommen sie. Was? Äh, was? Das erste hat mich direkt getötet. Vielleicht haben wir es noch ein Licht. Das Kalzis strebe ich auf mich zu. Was spielt er denn? So wie Katzen halt spielen. Auf der Stelle auf irgendwas drauf hüpfen. Er jagt halt was. Hast du schon mal nen echten Luchs gesehen? Im Zoo. Das sind echt nur große Katzen mit stumme Schwänzen. Voll flüschig. Der hört aber damit auch nicht auf. Ich kann ihn einsammeln. Aber er hüpft hier halt noch rum. Der erste Treffer hat wohl gesessen, weil da wo ich ihn zuerst angeschossen hab, ist auch so ne große Blutlache. Unheimlich. Das ist ein Geist, der weiterspielt. Das klingt nach einem Bug. Wenn man einen spielenden Luchs erschießt, bleibt der in Animation hängen. Wird Zeit, dass das mal gefixt wird. Ich find's eigentlich ganz lustig. Er guckt sich um. Und er jagt halt irgendwas und greift's. Ah, jetzt hat er was gefunden. Jetzt isst er nämlich. So ne Resting Zone. Au! Au! Lebt er doch noch? Hat mir zweimal Schaden gemacht. Meine halbe Lebensenergie ist weg. Und er ist dabei umgefallen.